Fünf wichtige Änderungen für Rentner im März 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im März 2023 gibt es wieder eine Reihe von wichtigen Änderungen, die unser Leben betreffen könnten oder können, so auch für Arbeitnehmer und Rentner. Ohne lange Vorrede hier die aus unserer Sicht fünf wichtigsten, vielleicht auch interessantesten Änderungen, die ab dem 1. März 2023 für Arbeitnehmer und Rentner anstehen. Erstens, es erhöht sich der KV-Zusatzbeitrag für Millionen Rentnerinnen und Rentner, damit weniger Nettorente. Am 1. März 2023 erhöht sich für Millionen gesetzlich krankenversicherter Rentnerinnen und Rentner der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bundeseinheitlich steigt dieser im Schnitt um 0,3% auf bundeseinheitlich 1,6%. Er kann aber auch deutlich höher gehen. Damit sinken auch die Auszahlbeträge der Renten für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem 1. März 2023. Wer also vorschüssig eine Rente für März 2023 erhält, wird schon Ende Februar 2023 auf seinem Kontoauszug, dass die Rentenkürzung zur Kenntnis nehmen müssen. Zweitens, die Gas- und Wärmepreisbremse tritt ab dem 1. März 2023 für Millionen Rentner in Kraft. Deutschland ächzt aktuell unter hohen Energiepreisen. Durch das neue Gesetz im März 2023 kommt es nun zur Gas- und Wärmepreisbremse. Sie soll dann rückwirkend schon ab dem 1. Januar 2023 ihre Wirkung entfalten. Das heißt konkret für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr beträgt der Gaspreisdeckel 12 Cent pro Kilowattstunde. Das ist also ein Endpreis. Für Fernwärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde Fernwärmeverbrauch. Auch Entlastung auf die Rentner seit langem dringend warten, aber jetzt geht es los im März. Drittens, ab März kommt auch die Strompreisbremse. Auch in Sachen Strom sollen die Bürger entlastet werden, denn neben einer Gas- und Wärmepreisbremse kommt im März auch die sogenannte Strompreisbremse. Die Bremse gilt für alle Kunden ab Januar 2023, also auch wieder rückwirkend. Die Entlastungsbeiträge für Januar und Februar werden rückwirkend von den Stromversorgern im März mit ausgezahlt. So werden die gestiegenen Strompreise bei Haushalten und Unternehmen abgefedert, so zumindest die Hoffnung. Viertens, die Künstlersozialabgabe steigt im März 2023 auf 5%. Nach dem Künstlersozialgesetz gibt es eine Künstlersozialabgabe, die ist wiederum auch für Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge für Künstler sehr, sehr wichtig. Im März dürfte es daher auch für Künstler gute Nachrichten geben, denn für Künstler soll es ab März dauerhaft mehr Geld geben. Die Künstlersozialabgabe steigt von 4,2% auf 5%. Weniger erfreulich dagegen für Unternehmen, die Künstler beschäftigen. Unternehmen, die Künstler oder Publizisten beschäftigen, müssen nun höhere SV-Abgaben zahlen. Last but not least, fünftens, Rentenerhöhung 2023 wird im März bekannt gegeben. Und für alle gesetzlichen Rentner, sei es Altersrentner, EM-Rentner, Hinterbliebenenrentner, Rentenbezieher aus der gesetzlichen Landwirtschaftskasse und gesetzliche Unfallrentenbezieher gibt es im März 2023 die Stunde der Wahrheit. Lang ersehnt und auch viel spekuliert. Hubertus Heil, Minister für Arbeit und Soziales, wird die neuen Rentenwerte, die ab dem 1.7.2023 gelten sollen, bekannt geben. Ein sicher spannendes und auch wichtiges Ereignis. Es gibt endlich die Antwort auf die Frage, wie hoch die gesetzlichen Renten ab dem 1.7.2023 in West und Ost steigen werden. 2024 haben wir wahrscheinlich dann auch nochmal eine Rentenwertsteigerung in beiden Gebieten und dann gibt es diesen Unterschied zwischen West und Ost Gott sei Dank nicht mehr. Alles in allem fünf wichtige Änderungen, kurz und knapp für Sie auf den Punkt gebracht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 1.8.2013 1.ror-te relies 2.0-tebal-te 2.0-te Ctrl-te